Die Universität Oldenburg vergrößert sich weiter. Ein Spezialkran platzierte am Freitag zwei Labormodule auf einer Freifläche beim Campus Wechleu am Kübkersweg. Sie waren aus Innsbruck per Schwerlasttransport angeliefert worden. Vier weitere Moduleinheiten folgen in der kommenden Woche. Sobald die Fundamentarbeiten, das Einrichten der Baustraße und die Verlegung von Leitungen erfolgt sind, werden die Labormodule in ihre endgültige Position gebracht. Das entstehende Gebäude mit insgesamt rund 600 Quadratmetern schafft mehr Raum für die Fakultät 6, Medizin und Gesundheitswissenschaften. Ein weiterer Modulbau, der in den kommenden Monaten neben dem Laborbau entsteht, wird noch Büros für die Universitätsmedizin beherbergen. Voraussichtlich werden die Abteilung Physiologie, Immunologie, Medizinische Genetik und Neurochirurgie die Räume im Spätsommer 2020 beziehen. Die Kosten für den Modulbau in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro trägt die Universitätsmedizin aus eigenen Mitteln. Für die Arbeiten bleibt der Kübkersweg im Bereich der Baustelle noch mindestens bis zum 13. November voll gesperrt.